Meiner Meinung nach ist die Spieleprogrammierung der schönste Bereich der Programmierung, den es überhaupt gibt. Das ist meine persönliche Meinung, ich bin durch die Spieleprogrammierung auch in die Programmierwelt reingekommen. Die Spieleprogrammierung ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich schon seit über 10 Jahren intensiv beschäftige und es ist einfach das Thema, für das ich absolut brenne. Und ich scheine da auch nicht der Einzige zu sein, der von diesem Thema magisch angezogen wird. In unserer Community lernen sehr sehr viele Menschen das Programmieren, einfach nur, weil sie eigene Spiele entwickeln möchten. Und wenn du ein Programmier-Einsteiger bist, der noch nicht so ganz genau weiß, wofür er das Programmieren überhaupt lernt, dann möchte ich dir jetzt in diesem Video mal erklären, warum es eigentlich am besten ist, mit der Spieleprogrammierung anzufangen. Zumindest meiner Erfahrung nach. Fangen wir also an. Der erste Grund dafür, warum meiner Meinung nach jeder beim Programmieren mit der Spieleentwicklung einsteigen sollte, ist der, dass das Spieleentwickeln das Programmieren ein bisschen spielerischer macht. Für Programmiereinsteiger ist Software und Programmcode erstmal noch ein sehr abstraktes Thema, das nicht wirklich greifbar ist. Videospiele stellen in dieser Thematik aber eine Ausnahme dar. Ein Videospiel ist auch nur Software, die programmiert wurde, aber man sieht ganz genau, was in dieser Software passiert. Man hat etwas Greifbares vor sich. Videospiele finden immer in einer virtuellen Welt statt, die man mit seinen eigenen Augen sehen kann, die man hören kann und mit der man interagieren kann. Alles, was man in einem Videospiel programmiert, macht irgendwie Sinn, auch für einen Programmiereinsteiger. Natürlich weiß man zuerst noch nicht ganz genau, wie man bestimmte Features in seinem Spiel umsetzen kann, aber wenn man sie umsetzt, dann versteht man auch, warum sie funktionieren, was man da eigentlich genau macht und man sieht das Endresultat wirklich in einer virtuellen Welt. Und das ist deutlich greifbarer, als irgendeine Business Software beispielsweise zu schreiben. Dabei ist die Entwicklung von Videospielen auf der anderen Seite aber auch sehr anspruchsvoll und man lernt sehr, sehr viel über das Strukturieren von eigenem Code, über das Organisieren von Projekten bis hin zum Debugging, denn in Videospielen treten Bugs besonders gerne und oft auf. Das Programmieren von Videospielen ist also auf der einen Seite eine sehr kreative und spaßige Arbeit, auf der anderen Seite handelt es sich dabei aber auch um eine sehr intellektuell fordernde Aufgabe, die sehr lehrreich sein kann. Ein weiterer Grund dafür, warum man meiner Meinung nach als Einsteiger zumindest gelegentlich sich mit der Spieleentwicklung auseinandersetzen sollte, ist der, dass man beim Spieleprogrammieren deutlich, ich sag mal, freier programmiert. Was meine ich damit? Gerade bei der Spieleentwicklung kommt es sehr, sehr häufig vor, dass man auf sehr kreative Lösungen für die unterschiedlichsten Problemstellungen kommt. Jedes Videospiel ist einzigartig, ist befüllt mit eigenen Ideen, mit eigenen Features und da kommen natürlich unterschiedlichste Problemstellungen dann bei der Entwicklung zustande, die irgendwie gelöst werden müssen. Und da gibt es eben nicht für alles diesen einen Kochrezeptweg. Natürlich ist das in der Anwendungsentwicklung auch nicht so, dass es für alles einen Kochrezeptweg gibt, sag ich mal. Aber in der Spieleprogrammierung muss man meiner Erfahrung nach schon wirklich sehr, sehr häufig out of the box denken. Und das trainiert die Problemlösungsfähigkeiten natürlich enorm. Und der wohl offensichtlichste Grund dafür, warum man mit dem Spieleprogrammieren beginnen sollte, ist der, dass die Spieleentwicklung wirklich sehr, sehr belohnend ist. Es macht einfach Spaß, auf kreative Art und Weise eigene Spiele umzusetzen, eigene Welten zu erschaffen und dann auch noch andere Menschen zu sehen, die diese Spiele spielen und Spaß damit haben. Videospiele sind einfach pures Entertainment, während Anwendungssoftware in der Regel für die Arbeit gedacht ist. Und Entertainment zu erschaffen, fühlt sich natürlich weniger wie Arbeit an, als Arbeitswerkzeuge zu erschaffen. Ich denke, ihr versteht, was ich da meine. Ich denke also, dass es für einen Programmier-Einsteiger einfacher ist, die Motivation aufrecht zu erhalten, wenn er Spiele programmiert, als wenn er irgendwelche Anwendungsprogramme entwickelt. Gerade dann, wenn man als Programmier-Einsteiger auch selbst ein Gamer ist. Denn ich glaube, wir Gamer sind uns da alle einig, jeder von uns hat schon mal davon geträumt, irgendwie ein eigenes Spiel zu machen. Und das kann man natürlich in der Programmierung. Übrigens, wenn du mit der Spiele-Programmierung in Unity anfangen möchtest, dann kann ich dir nur unseren Unity-Einsteiger-Kurs ans Herz legen. In diesem lernst du alle Unity-Grundlagen, die du als Einsteiger kennen musst, sodass du mit dieser Engine wirklich anfangen kannst zu arbeiten. Und ja, ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dieser Kurs ist übrigens auch integriert in unserer Premium-Mitgliedschaft, in welcher du auch Zugriff zu all unseren anderen Kursen bekommst. Und nicht nur das, du bekommst in Programmier-Staaten Premium auch Zugriff zu unserem exklusiven Community-Forum, in welchem du dich mit anderen Programmierern austauschen kannst. Link ist auch dazu in der Videobeschreibung. Hast du persönlich schon mal darüber nachgedacht, eigene Videospiele zu entwickeln? Schreib es uns doch in die Kommentare. In diesem Sinne war es das dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.